So, Funktionsscharen. In diesem Video rechne ich die zweite Aufgabe, ax²-1. Und es geht um Nullstellen sowie Hochtief- und Wendepunkte. Und unser a ist größer als 0. Wenn du die erste Aufgabe auch sehen willst, dann klick auf die Infokarte, da ist die Playlist verlinkt. Okay, ich gucke erst in GeoGebra, wie diese Funktion aussieht. Ich habe diesmal meine Maus nicht angeschlossen. Ich hoffe, du siehst trotzdem, was ich da tue. Ist auch nicht so kompliziert. Also, ich gehe auf den Grafikrechner und gebe die Funktion ein. a, hier bei a, b, c, ax²-1. Enter. Und dann kriegen wir einen Schieberegler. Wenn ich da auf Play drücke, dann verändert sich die Öffnung dieser Parabel. Und wir wollen natürlich nur positive Werte. Deshalb gehe ich auf diese drei Punkte darüber, sage Einstellungen und für das Minimum die 0. Und jetzt haben wir das nur noch mit positiven Werten. Und wir sehen ganz deutlich, es gibt einen Tiefpunkt, der ist nicht in Abhängigkeit von a. Ja, der ändert sich nicht. Und wir haben Nullstellen, die sich tatsächlich ändern in Abhängigkeit von a. Ja, ich würde sagen, dann gucken wir uns das einmal rechnerisch an. Fangen wir an mit den Nullstellen. ax²-1 gleich 0 auf beiden Seiten plus 1. Ja, dann haben wir ax² gleich 1. Beide Seiten durch a teilen und dann steht da x² gleich 1 durch a. Jetzt müssen wir noch die Wurzel ziehen. Dann kriegt man natürlich immer zwei Ergebnisse. Einmal das Negative, einmal das Positive. Und das ist dann 1 durch Wurzel a, beziehungsweise minus 1 durch Wurzel a. Ja, wir können natürlich, wir können das auch schreiben, minus Wurzel aus 1 durch a. Das ist das gleiche wie 1 durch Wurzel a. Ja, denn Wurzel aus 1 ist immer noch 1. Gut. Okay, dann die Ableitungen. Erste Ableitung, 2ax. Ja, wir müssen den Exponenten von x nach vorne ziehen. Die minus 1 fällt weg, also bleibt als Ableitung 2ax. Zweite Ableitung, dann wird dieses x zu 1, dann haben wir nur noch 2a. So. Notwendige Bedingungen für Extremstellen. Erste Ableitung gleich 0. Also setzen wir die erste Ableitung gleich 0. 2ax gleich 0. Und dann ist x natürlich gleich 0. Wir können hier sagen, geteilt durch 2a. Und dann ist x gleich 0. Jetzt noch die hinreichende Bedingung. Hinreichende Bedingung ist immer erste Ableitung gleich 0. Und zweite Ableitung ungleich 0. Die zweite Ableitung ist ja nur eine konstante Funktion bei 2a. Das heißt, egal was wir einsetzen, wir können hier ja gar nichts einsetzen, es kommt immer 2a raus. Das heißt, wir haben es mit einem Tiefpunkt zu tun. Da unser a ja eine positive Zahl ist, ist dieser Ausdruck 2a was Positives. Und wenn die zweite Ableitung positiv ist, haben wir immer einen Tiefpunkt. Das heißt, wir haben schon mal nachgewiesen, dass es sich um einen Tiefpunkt handelt. Jetzt müssen wir noch den y-Wert finden. Das heißt, diesen x-Wert, die 0 in f einsetzen. Ich mache das mal hier. f a von 0 wäre a mal 0 hoch 2 minus 1. Und das ist gleich minus 1. Das heißt, unser Tiefpunkt liegt bei 0 minus 1. Und das sieht man ja auch ganz deutlich hier in GeoGebra. Gut, ich hoffe, das Video war nützlich für dich und bis zum nächsten Video.